Ja dann mach einfach 4 Plips erstmal in... Oh. Wieso bin ich denn so weit weg? Fragt mich nicht, cool. Oh ja stimmt, weil der andere Typ den Fighter hinten geparkt hat. Lass mal umdrehen, wir drehen mal in Cools Richtung um. Weil der sagt doch gerade, Fighter wird vielleicht zerstört. Andi bereitet dich auf ein 180 vor. Ja und zu zweit kriegst du ihn sogar extertet ihr das Herz. Und ihr macht das komplett der Herz sogar. Das weiß ich ganz genau, dass ihr das schafft. Und ich würde es auch gerne machen. Holt euch Fighter und lasst mich weiter fliegen. Das einzige was ihr jetzt machen müsst, ist euch gleich synchronisieren. Nicht weiter als 1,5 Kilometer, weil sonst macht ihr das eh nicht. Sonst schafft ihr das nicht. Oh, lass das... Ja ja, ne ne, lass sie nachladen. Das macht sie. Sie fliegt gleich wieder runter. Sie lädt ihre Waffe nach. Das ist alles normal. Oh, ich hab sie nicht getargetet. Ich möchte sehen, wie ihre Hülle abfällt. Ich möchte sehen, wie das passiert. Ich bin Zeuge des Schreckens der Fighter werden. So drauf schießen, oder wie? Ja, drauf schießen. Wieso fliegt die... äh, die fliegen immer von mir weg. Kann ich ab 3 Kilometer schießen? Ne, ne, 1,5 ist es besser. Ab 3 Kilometer machst du gar nichts. Aber ja, äh, macht's zusammen da, ja genau. Und schieß einfach, genau. 3 Pips Engine, 3 Pips. 2,5 geht, oder? Schieß, 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 und booste trotzdem hat, dass du dich da ankommst, weil du machst halt erst den Charme, wenn du dich da anbast. Ihr seid hier... Versuch's kann ich hier in meinem Experiment. Am liebsten würde ich halt selbst im Fighter sitzen, aber wie gesagt, das... Bei 47 habt ihr angefangen. Also hat sie sogar 48 gehabt. Oh, sie geht wieder hoch, oder? Die fliegt ja eine Runde, Leute. Lass mich davon nicht abschränken. Ihr schafft das zu zweit, schafft ihr das. Guck mal, es geht runter. 43 schafft ihr 43. Wer bietet mehr? Wer bietet 42? Wer bietet... Wer bietet 40? Wer bietet 40? Ihr bietet 40. Ihr bietet 39. 39, 39. Oh, exerted. Nur von Fightern exerted. Ihr habt exerted, Leute. Ihr habt Subtarget. Macht Subtarget. Ja. Treffer. Treffer. Hehehehe. Oh, ihr habt seid ihr, bis man jetzt darf nicht fliegt. Wieso, wenn du gerade weg und ihr schießen, hier essen. Hier Pips, brauchst du am Slamis. Ja, wir müssen boosten. Kontinuierlich 427. Busten. Nie offen. Das halbwertig oder 40 Prozent. 30. Oh! Wir sind die besten. Das ist auch fast, dass sie nicht überhitze. Guck an, die es geht sogar. Oh, Leute! Wir haben zwei Pro Fighter Piloten. Hehehe. 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 Ich blieb ein bisschen kühl dabei. So, zur Belohnung, damit der Spaß gleich weitergeht. Achtung, ich komme euch entgegen. Wollt ihr das nächste Jahr jetzt auch machen oder soll ich da jetzt einfach das wegballern? So Leute, dann mache ich, weil ich extra Synthese gemacht habe, ich werde jetzt meine Heatsings reinschmeißen und ich baller euch mal schnell die Schilde weg, damit wir heute nur Spaß haben. Wir machen das immer Gegenteil, ich bin nur für die Schilde da und ihr seid für den Rest da. So ihr Lieben, ich mache mal Schluss für heute. Ich bedanke mich für die vielen Missionen, die ihr mit mir geteilt habt. Oh, hast du schon den Rang? Ja, ich bin jetzt gerade hier auf einer Station zum Rangaufstieg, aber die haben keine Vorräte bzw. das ist eine Independent, die mir einen Rangaufstieg anbietet, aber da habe ich dann bei der Independent keinen Ruf. Vielleicht ist morgen wieder was dabei. Ich bleibe jetzt hier auf dieser einen Station und mache morgen weiter. Es gibt dann noch einen anderen Planetenhafen, den ich anfliegen kann. Wenn dann muss das ja ein großer Hafen sein. Also für eine Mission zum Rangaufstieg. Und die mache ich dann morgen weiter. Es ist spät geworden, ja. Gut. Euch einen schönen Abend. Bis dahin. Bis dahin. Ja. Ciao. Ciao. Habt ihr schon wieder? Dass die so leuchten da hinten aus? Ja, ja. Ich muss ein bisschen abkühlen. Ach, scheiß auf abkühlen. Das Schiff kühlt ab, wenn es reproduziert wird. 40% Leute. 37. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. 26. Hier, ich boostere drauf zu und helfe mir die Hülle runter zu geben. Jetzt geben wir die Hülle runter. Das fiese Viech hat noch 6% Hülle. Ne, das mache ich jetzt auch. Ich habe zwar keinen einzigen Heatsink mehr, aber das ist mir scheißegal. Jetzt gehe ich all in. Ich auch. Scheiß auf die Hülle. Guck mal, was ich mache, cool. Was passiert? Ich habe extra was für dich zur Verlohnung gemacht. Du hast sie dich mitbekommen. Ich habe sie gerabelt. Ach so, ich habe nur gehört, so blüh, dann war ich weg. Die haben halt einen super großen Spread. Die machen mehr Schaden, aber die schießen sehr weit auseinander. Die ist super gestreut. Das ist halt wie die Fragment-Kanone, die menschliche. Die schießt halt gefühlt über den kompletten Bildschirm. Da müsstest du schon irgendwie so, keine Ahnung, 300 Meter dran sein und dann treffen, treffen von der kompletten Salve, treffen trotzdem irgendwie nur 30%. Aber sie sind gut genug. Auf jeden Fall habe ich damit schon mal einen Cyclops gemacht. Guck mal, die sind doch auf jeden Fall potent genug, besonders wenn sie zusammenarbeiten und sich gegenseitig, wie gesagt, einer, da sagt die Hüllenregeneration so, ja, wir bleiben so auf der Stelle und man kriegt so ein Prozent doch über Zeit langsam runter. Aber das ist halt easy. Als nächstes Jahr!